So, versuchen wir das auch mal. Was hat Ennis da gehabt? Der hat Gargoyle Stoneplate, Wasserspeier, Amulett der Eisernen, Rage's Glory, Wormox. Ja, sowas. Aber dann hat er Rage's Glory gebaut, damit er schnell reinjumpen kann, weißt du? Also schnell rennen. Aha. Damit er reinrennen kann. Danach kam das Stoneplate. Ja. Dann das Amulett, weil das zusammen ist halt übel zum Pedicum. War schon lächerlich. War schon lächerlich. Wie ein 1.500er Schild auf jeden um mich rum oder so. Jetzt ist es los! Weiße, ich hasse das. Äh, die Werbung bei Twitch. Kann man nicht stumm machen. Ja. Was ist denn Werbung? Hallo. Ja, die Werbung bei Twitch am Anfang. Die kann man nicht stumm stellen. Ja, ich schon. Bei mir geht das irgendwie nicht. Die Chaos. Die Aufnahme. Einfach nur der Hammer. Was haben die denn da für ein Team. Alter, was haben die denn da für ein Team? Was? So, was hast du? Zwei. Zwei. Willkommen gegen der heilenden Schloss Irgendwie rein Blutstrang, scheißegal So, damit hätten wir schon mal den ersten Am besten nicht zu weit weg von mir Blitzcrank Das war dumm von mir, jetzt da ist ein Flash Ari hast du Charme? Und dann Einfach nur noch für den Assist Da macht die Kuh Feuer Ohja Aber halt, er hat mir wieder eingegrabt Ich kann die Schmache mal Mann Blitzcrank, achte mal auf deine Grabs Wie sollen wir dich sonst unterstützen? Die war ja, war ja gut Ja, aber so nah unterm Tower bringen die nichts Ja Das, das wäre was schönes Das habe ich sogar mit aufgepannt Der war schon Das hast du super gemacht Mr. XX Ice XX Muss ja auch mal den Pfeil Ja 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 Warte mal ab, wir schweigen sind Wenn wir alle vereint sind Jetzt wurde er gerade mit übers Heal gelaufen, Blitzcrank. Gute Positioning und du hättest ihn dir grabben können. Und ich denk mir die Seele aus dem Leib. Schon sind immer alle getroffen. Auch schön übers Heal gezogen, Blitzcrank. Hauptsache der ist jetzt weg. Ich glaube jetzt aber voll auf Tank-Schritter angehen. Und ich habe irgendwie einen Schaden aus der Agenda. Ah ok. Dann habe ich irgendwie gedacht so, ha, den da sind magisch, ne. Mich bitte. Oh, da kommt ein Lux-Laser. Komm rein, komm rein, komm rein. Da. Ich dachte derjenige, der... Oh, Ulti endlich. Hey. Wenn es Spaß macht. Ich habe den nächsten Crash gefunden. Ach Blitzcrank. Da hattest du gerade eine Super-Chance, du verlorst. Ne, das lass ich ihm. Ah. Dann bin ich reingegrapped. Wenn ja keiner ruhig einen Tank-Gripped. So. Bin er aber nicht. Wartet er natürlich, bis ich draußen bin. Ah. Wie denn sonst. Oha. Anna für Anna. Yeah, nice. Warum, warum? Weil ich nicht auch ich das gedrückt habe. Aber... Vielleicht weil ich denke, dass es geknallt ist. Ja. Ja. Da kam die Ulti. So. Rage is Glory und danach direkt das Schild. Ich glaube, danach kam das Stormplate, glaube ich. Das Stormplate? Ja. Der Wasserspeier des... Dings, der Bomster. Der Wasserspeier des Chaians. Der Wasserspeier des Chats. Du musst immer schon rein löten, ne? Ja. Deu, hehehehehe. Grab ihn! Let's crank, grab ihn doch. Oh Unweilig Let's crank deine Position Wollen wir nicht tauschen? Ja Unweilig Arbeit Arbeit Wollen wir Wollen wir Das wird wir so schwer Neu Und wieder auf den Smiler! Nice! Ah, ist das schön! Wollt der? Ja! So schnell war ich leider nicht! Macht nix! Wir müssen gerade den Javan töten! Der wollte hier unbedingt rein! Nein! 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 Blitzcrank, ich krieg Aggressionen! Ich bin hier! Ja! Das alleine vorne, das kostet ihn sein Leben! Hauptsache, er kriegt ihn! Ja! 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 Ganz schön die machen! Keine Dill! Auch! Keine Dill! Ja! der wird gemobbt ja auf jeden fall jetzt lecker war anlage aber sonst ist gut und jetzt solaris ich denke du musst erst das downflate zünden ja dann das solaris, weil dann müssen die schilds nicht einfach beschöpfen genauso wie der links in die schild geiler Gin da bin ich nicht mehr anstrengend da kommen wir zur hilfe ich bin alleine ich bin da hause ich mag nicht mehr das hat ja noch früher und weißt du was jetzt wenn du gold gebraucht hast sag mir das doch hier lecker oh der hört war schön hast du den gesehen? ja 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 das war war's war's ich du w w w w w Wie lögst du die Fotze? Hm? Okay, ich wüsste nicht, was Steinhaupt mit Solaris zu tun hat. Das Solaris triggert mit deinem aktuellen Leben. Das Solaris, da steht, das bis zu 38 plus 22 pro Stufe. Glaub mir, das triggert. Das Solaris triggert mit deinem aktuellen Leben. Da zieht er sich wieder aus. Okay, das ist eine Feinde. Du hast es, was er denn? Ja, ich will das. Was da? Sind wir so still hier? Ja, ich bin gerade am gucken, weil es ist, es ist, es ist kurios. Kein Minion-Geschenk. Kein Minion-Geschenk. Kein Minion-Geschenk. Oh, ich bin da. Jey. Kein Minion-Geschenk. Ja. Ja, komm. Konzentriert euch auf eins hier, Kinders. Dann haben wir auch weniger Tote. Die Ari, die jagt hinten die Jinx, während ich vier mit der Jen am Feinden bin. Ja, die Luchs gejagt, wo die Jinx noch tot sind. Ich bin schon erw千, ich bin schon erwähnt. Oh, komm. Jetzt kommt ein Warmmorz. Wärmschmotz. Ah, jetzt ich komme. Ja, ich komme nicht ran. Komisch, ne? Joos. Da kam der Minion-Prock. Ach so, ich habe ihn ja nicht gesehen, stimmt. Oh, du hast kein Mana. Ja. 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 Das ist ein Eis. Nur. Eis. Eis. Jetzt ein Eis. 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 Das gibt mir sogar schon drauf, ey. Schade.